Seit zehn Jahren fragen sich alle, was zuerst da war. Die Hybriden oder die Seuche. Jetzt kenne ich endlich die Wahrheit. Gott, wir müssen über Alaska reden. Diese Höhle, sie ruft mich zu sich nach Hause. Denn du bist der Schlüssel, damit die Seuche für immer verschwindet. Weil ich der erste Hybrid war. Ja. Sie verlangen vor nie, meine Welt zu retten, die er noch nicht mal gesehen hat. Wir könnten draußen geschnappt werden. Oder schlimmer. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas auf uns zukommt. Etwas Schlimmes. Zu unterbinden, dass Hybriden sich fortpflanzen, genügt nicht. Wir müssen sie bis auf den letzten auslöschen. Was ist so witzig, Schätzchen? Ihre Ignoranz. Tu, was auch immer nötig ist. Um Gas zu beschützen. Ich bin auf der Suche nach Freiwilligen. Alle Geschichten haben ein Ende. Die einzige Frage, die bleibt, ist, wer wird weiterleben, um diese hier zu erzählen? Es muss einen Weg geben, um alle zu retten. Es muss einen Weg geben. Dir nach, Sweet Tooth. Schatz. Bis nicht. Kurz tooth. � Untertitelung des ZDF, 2020